So, wir kommen zurück. Ich bin noch mal ins Dorf gelaufen, nach Knoblauch, ne, und ich hab Knoblauch auch gefunden. Aber ob das uns noch hilft, weil jede Wunde, die wir, Infektion, 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 hat sich alles infiziert. Aber das ist erst mal von hier hier rübergerutscht, ne. Gott sei Dank. Mann, Mann, Mann. Nur 23% Leben. Puh. Das Ganze durchsuchen hier, das wollte ich euch, Entschuldigung, wollte ich euch jetzt nicht antun. Hm, Junge. Junge, ich hab Klamotten ausgezogen. Jetzt weiß ich auch, was das letztens war, ne. Ich hab das Food vergessen zu lesen. Da waren die Schuhe kaputt. Da hat er, äh, Fußschmerzen. Hab ich vergessen, äh, ne. Nicht richtig gelesen. Junge, Junge, Junge. Macht nur der Stoffwechsel. Ja, viel Knoblauch war es jetzt nicht unbedingt, ne. Aber wir haben ein Minunensystem von 2000 und. Sehe ich gerade. Mann, Mann, Mann. Ich bin hier fast jede Hüte durchgerast, ja. Junge, Junge, Junge. Jetzt bleiben wir auch erstmal hier an Looten noch ein bisschen. Das war ja Quatsch, wenn ich jetzt hier wieder fortgehe, ne. Aber wir können noch mal einen Benzin holen, ne. Habe ich das ganze Zeug eigentlich noch mit? Ja, hab noch die ganzen leeren Flaschen mit, also. Junge, Junge, Junge. Das war ja hier am Baugraden. Was uns da angetan haben. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe nicht, geht das langsam weg. Kann ich schon wieder sterben, ja. Oh, ja, ist noch da. Jung, 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 Jung. Und abklopfen. Dann kannst du gleich noch mal abzapfen. Machen wir alles raus, was rausgeht. Da müsste es ja bald gewesen sein, ne. Was war es? Okay. Oh, hier hat eine Batterie drin. Nee. Das Auto ist defekt, ne. Hat keine Batterie drin. Doch, er hat eine Batterie. Äh. Ja, wie voll ist denn die noch? Hilft die uns noch? Da ist der Auto. Das ist, bin ich, das Auto. Sieben. Sieben ist drin. Das wird nicht reichen zum Starten, ne. Nee. Audio, das ist nicht so ein Auto. Ach so, ja. Ich habe noch Überspielkabel gefunden, hier beim Knoblauch suchen. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Na, hier sind die alten Schuhe, ne. Die Tornschuhe, die hat durchgelatscht. Ich habe Gummistiefel hier gefunden, die ich noch schnell angezogen habe. Ja, kriegst du die Batterie irgendwo hin? Ja, nicht, ne. Da ist die Batterie wiegt nur 0,7. Mhm. Das ist aber eine leichte Batterie, du. Nur 700 Gramm wiegt. Na, Gott sei Dank geht's Leben langsam wieder hoch. Mann, Mann, Mann. Habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Batterie drin war. Okay, na, 7 ist jetzt auch nicht viel, ne. Hoffentlich reicht es zum einmal starten. Wenn wir Glück haben. Glück haben nicht, ne. Wir können uns heute nochmal in die Garagen gucken, ob wir dann noch irgendwas finden. Ich habe mich hier einen aufgesucht. Ausgerechnet der letzten Hütte hier, da. Da war Knoblauch drin. War zwar nicht die Welt, aber... Da sehe ich jetzt nichts um was anderes. Hm. Aua, du hälst. Geht hier rum. Schleifschwein, Moment. Schleifschwein. Äh, Schleifschwein. Na, hab ich gesagt. Ha, ha, ha. Tö. Hm, haben wir schon einen. Den kriegst du da auch hin zur Ohnung, ne. Den kannst du ja fliechen lassen. Jung, jung, jung. Ich habe den da bei uns ins Nest gelegt, in der Basis. Na. Ja. Weil ich gedacht habe, hier, das geht alles zurück. Aber das hat sich alles infiziert. Dann habe ich noch nackig gemacht. Bin noch nackig oben in den Häusern rumgelaufen, die bei uns da noch sind. Und habe eben versucht, da irgendwas zu finden. Aber da gab es nichts. Hm, tolles Feuerzeug, ne. Radio. Da liegt jetzt ordentlich Strom. Also bin ich froh, wenn wir hier mal fort sind, mal langsam, ne. Nein, in den Nestor kannst du wohnen, doch kannst du da looten. Ne, jetzt kannst du dich nicht hinlegen. Du sollst, äh, ne, nicht hier fahl rumliegen. Du sollst, äh, hier, ne. Eine ordentliche Batterie finden. Einfach mal so. Ja. Eine Batterie mit sieben. Ich weiß nicht, was das uns hilft, ne. Da sehe ich jetzt auch gar nichts Interessantes. Du kannst nicht looten, ist ja schon offen. Hm, hm. Ja, nun. Haben wir uns wieder zurückbegeben, würde ich mal so meinen, ne. Ja. Wäre ich in das andere, in das andere kleine Städtchen gelaufen, wo ich das letzte Mal war. Ich glaube, das hätte er, glaube ich, nicht überlebt. Bis dahin. Na, hier war das schon knapp. War schon, ja, 22 Prozent. Das war ja schon knapp rot. Schuffel. Hm. Weiß ich nicht, andere finden. Auf Anhieb eine volle Batterie. Ja. Und so brauchen wir nicht, glaube ich. Da ist nur Strind für uns. Aber es ist eben alles noch rot, immer noch rot, ne. Ja, immer noch rot. Na, Schnoterinfektion. Ja. Na, dann. Schnell wieder zurück, ne. Das war ja. Ja. Ich hätte die Sachen ausziehen sollen. Ja, ich kann ja hier nicht nöckig nach Knoblauch tun, ne. Weit von zu Hause weg. Das ist aber doch nicht schön, ne. Was gibt's denn hier? Gibt's ja Knoblauch vielleicht. Ein Kartoppeln, ne. Oder so. Wird er alles infiziert. Genau so sah das letzte Tag aus. Jetzt geht er nämlich wieder runter. Shit. Na, kann man auch schnell heim. Dann wird er das nicht überleben, ja, ne. Hier gab's kein Alkohol. Hier gab's eben nur den einen kleinen Knoblauch. Wo ist das jetzt, wüsst du nicht. Hm. Nichts scheinbar. Na dann. Ich hoffe, ich schaff noch ein bisschen nach Hause. Shit. Ah, doch mal so einen Blumenskasten hinstellen. Baba. So, nein, nein. Nein, nein, nein. Schaffst du nicht. Es ist vorbei, glaube ich. Aber wir müssen uns dann schnell mal... Ich wüsste ja nicht, wie das... Wie viel hast denn du noch? Immunsystem. Oder ist es jetzt vorbei? Ach, es geht ja runter. Es geht schon wieder runter. Na ja, na ja. Wären wir nicht überleben. Wären wir nicht überleben. Wenn es doch schnell die Batterie würde ich mal unterkriechen. Na ja. Hätte ich jetzt vielleicht warten sollen im Haus, ne? Hätte ich vielleicht warten sollen. Am Anfang wusste ich noch, da haben wir so viel Knoblauch gefunden gehabt. Was schreut denn, ne? Das wollen wir nicht überleben, glaube ich. Hat der Knoblauch nicht gereicht. Jetzt fängt es so langsam an, schwarz-weiß zu werden. Jetzt geht es wieder abwärts, ne? Mit dem Leben. Geht. Hoffentlich maßt er uns nicht gar so weit raus. Der hilft auch mal hinter uns. Komm. Wir haben jetzt heim noch die Batterie schnell irgendwo reingehauelt. Ich weiß ja auch nicht ungefähr, wie Knoblauch jetzt aussieht jetzt hier im Spiel, ne? Müsste ja wilden Knoblauch eigentlich geben, von der Sache her. Oh Mann. Ich hätte im Haus warten sollen, bis das alles abgeklungen ist, ne? Eigentlich. Hm. Mit. Verdammter Bockmister. Kommt den Berg noch nur in der Würst noch schaffen. Hat es hingekutzt. Ja, gab ja nicht mal Whisky oder irgendwas. Gar nichts. Womit ich hätte die Wunden ausspülen können, gab es ja nicht. Das schaffst du aber bis heim wenigstens. Da zerren wir dich komplett aus, aber ich denke mal, das wird nicht springen. Das Immunsystem ist ja jetzt dann erst mal tot, ne? Hätte es auch nicht mehr heim geschafft, ne? Also das ist schlimm, ich hätte es ja nicht mal mehr heim geschafft. Ich habe es ja gerade so noch dahin geschafft. Und da gab es einen Knoblauch. Na juhu. Kommt, da schmeiß ich längst schnell die Batterie hier. Dann gucken wir hier nochmal in die Häuser rein. Wir waren jetzt weg gewesen. Vielleicht ist ja wieder irgendwas nachgespawnt. Und man weiß ja nie. Kommt, schmeiß ich wenigstens den Batterie da rein. Gott sei Dank. Und ein Partner hier nochmal gefunden zum Reparieren. Über Spülkabel. Die Schuße in einen Schrott. So, das ist ganze Benzin. Das schmeißen wir auch schon mal hier. Nein. Das hole ich dann wieder raus. Wo ich jetzt nicht weiß, welche Flöschel das war. Aber wir werden es ja sehen. Also schmalt mal alles rein, was da ist. Auch das gute Messer. Ich weiß, wo sie uns draufschmeißen. So, dann gehen wir nochmal gucken hier. Und dann nur jetzt hier. Warte mal, können wir eigentlich auch nöckig machen, ne? Die ganzen Sachen hier reinhauen. Auf erste zwei wieder. Was will ich machen? Vielleicht hilft es ja noch ein bisschen. Jetzt wird es aber wieder dunkel her. Da reinschmeißen. Den Hubsack auch. Aber wenn wir Knobi finden, dann musst du den gleich reinwürgen, ne? Aber dann tun jetzt ja doch die Füße weh. Ich meine, Füße neust du ja nichts. Ich meine, Stiefel kannst du ja wieder anziehen. Na, siehst du, da war nämlich auch noch was. Stiefel kannst du ja eigentlich wieder anziehen. Am meisten hingeschmissen. So, wenn du jetzt nicht wieder die Wunden in die Füße holst. So, können wir hier nochmal hineinschriebeln und gucken. Oh, hier wirst du noch schwinden. 21 Prozent, ne? Das war's, würde ich sagen. Ich bin hier schon rumgelaufen. Ich bin hier schon rumgelaufen. Habe ich mal den Schrank vergessen, aufzumachen. Shit. Und die haben keine Vorgärten hier, wo wir könnten vielleicht eventuell Knobi und so, ne? Habe ich schon geguckt. In den Spiegelschrank ist aber nichts drin. Tja, nun. Wird ich mal behaupten, das war's mit dem Kollegen. Wir müssen eindeutig mal looten gehen, ne? So, jetzt läuft er hier nöckig durch die Gegend. Aber wir haben ja nichts, wir haben ja nichts, gar nichts drin. Die Whiskyflasche ist leer, die da drin ist. Diese hier, die ist ja leider leer. Na, Kobletten oder so haben wir ja auch nicht. So, man kann hier, werft die Dinger ein. Oh, wir haben ja nichts. Der ist am Ende hier, der Kollege, ne? Dann sollst du doch nicht schon wieder hier rumschieben, die Gute. Vor allem nöckig. Ah ja, schon tausendmal untersucht, da ist nichts drin, ne? Alles nur Samen hier, aber... Ballspitzen. Aber nichts Tabletten-mäßig ist. Und Alkohol-mäßig ist auch nicht, bis auf Wein. Aber Wein zählt ja nicht, ne? Bier zählt ja auch nicht. Dieser Propanol haben wir auch nicht. Hier brauchst du auch nicht reingucken, das ist auch nicht da. Nur Bier, oder Limitensauft. Bier zählt ja auch nicht. Tja, nun... Zählt Benzin vielleicht? Ähm... Nö, auch nicht, ne? Ja, das wär's ja. Wollen wir raus hier. Ach so, muss ich hier drüben machen. Seht natürlich nicht, ne? Alles klar. Tja... Nun... Na ja, wäre ich wenigstens noch Papiere hier anzeichnen. Ähm... Handwerk. Das ist eins, was wir noch machen können, bis er eben dann abnippelt. Wenn ich jetzt noch in die Stadt laufe, werden er fünfmal angegriffen. So machen wir am Ende, ne? Warum keine Favoriten? So, Buildings, ne? Lager, ähm... Sonstiges. Äh, wo waren hier? Waren denn nicht Bilder drin? Ja, ne? Karten. Seht ihr's mal ein bisschen? Ja, man sieht's im Gartenempel an. So, eins zurück. Ah, ah, so, ne? So, da verrichten kann's auch. Ach so, dann kann man die Größe noch machen, ne? Jetzt ist es natürlich... So verrutscht ein bisschen, aber so... Können wir's machen, ne? So... Was brauchen wir denn alles? Bretter, fünf Stück, Nägel, zehn Stück. Hm? Eine Schuffel. Oder was zeig ich da da an? Ach, was zum Arbeiten. Ach so, ein Hammer oder sowas, ne? Zange. Fisbolschläger. Hm, Bretter. Jetzt haben wir natürlich nichts, wo wir's reinlegen können, ne? Kein Inventar. Hm, tja, was will ich machen? Hm. Ja, nippelt uns immer weiter ab. Selbst wenn ich jetzt hinlegen würde, dann brauch ich gar nichts mehr machen. Geh' noch mal schnell rein. Gleich steht jetzt hier irgendwas drin. Natürlich nicht, da waren wir ja schon dran. Ach, tja. Na gut, Leute, das will ich euch nicht antun, ne? War's eben eine kleine kurze Folge, ähm, tja, äh... Hau' ich schon mal dafür, ne? Gut. Dann. Rächtchen. Hm. Ähm. Gut, alles klar. Tschööö, bis nächstes Mal vom Himmel fallen